Ist Pause angesagt bei den Indizes? Na gut, wenn man auf dem DAX schaut, dann sieht das ein bisschen danach aus. Immerhin die letzten drei Tage waren jetzt nicht super überzeugend, wenn man hier auf den DAX Future guckt. Immerhin es geht nach unten. Allerdings die Vorgeschichte, die war klasse und lässt vermuten, dass das noch nicht alles ist, was wir hier haben. Auch nach einer Pause haben wir eine realistische Chance, dass es weiter noch nach oben geht. Also für mich ist das noch nicht eine Verzagenssituation, etwas, wo man aufgeben muss auf bullischer Sicht, sondern naja gut, jetzt kommt er halt mal ein bisschen runter und anschließend kann er doch noch mal weiter nach oben gehen. Dazu werden wir uns gleich die amerikanischen Indizes auch noch mal angucken. Vielleicht kriegen wir da ja ein bisschen mehr noch raus. Ja, aber tatsächlich, Anstieg sah super aus. Jetzt ein Rücksetzer ist also alles andere als irgendwie atemberaubend. Man könnte angefasst meinten, das ist eine normale, eine klassische Korrektur, die wir jetzt hier zu erwarten haben. Die könnte bis 15.080 unter Umständen noch reichen. Wenn wir die Fibonaccis hier haben, dann haben wir bei der 50%-Marke, das ist ziemlich genau bei 15.000 eine interessante Marke, die einerseits, einige sagen, ja, die ist wichtig, die ist eine runde Zahl. Andere sagen, naja, die ist wichtig, weil da hatten wir vorher auch schon mal ein Zwischenhoch hier aus dem Oktober. Also ihr seht schon, irgendwie um 15.000 haben wir eine bedeutsame Unterstützung noch mal aus gleich mehreren Gründen. Da finden sich Fibonfreunde, Unterstützungsfreunde und die Freunde der glatten Zahlen wieder und würden hier spätestens dann noch mal wieder reingrätschen. Naja, muss es denn noch so weit runter gehen? Das ist gar nicht sicher, dass es so weit runter geht. Aber falls es noch ein bisschen tiefer geht, alles was bis dahin läuft, wäre sicherlich noch als eine völlig normale Korrektur zu sehen. Es darf sogar noch ein bisschen tiefer. Viele kennen das. Ich zeichne doch diese Box immer an, wie eine typische Korrektur aussieht. Die dürfte sogar noch ein bisschen tiefer reichen. Also die wäre selbst runter bis 14.900 in etwa noch safe, was das angeht. Und Anbetracht dieser mehrfachen Unterstützung würde ich mich allerdings nicht wundern, wenn wir irgendwo da wahrscheinlich landen werden. Ob es genauso kommt, wie ich jetzt mal blau angedeutet habe, das steht natürlich in den Sternen, aber für alle Bullen im Markt ist das alles, was wir in diesem Bereich drin haben, völlig in Ordnung. Da dürft ihr dann nicht schimpfen. Klar, wer kürzerfristig unterwegs ist, der will so einen Rücksetzer nicht mehr haben, aber zumindest mal alles, was in diesen Bereich reinläuft, wäre kein Killer für das bullische Bild. Wer sich jetzt übrigens wundert und sagt, Mensch Rüdiger, du hast doch vor kurzem immer noch so negativ gesprochen. Naja, wir sind ja immerhin bis zur ersten Unterstützung herangelaufen. Das müssen wir ihm ja zugute halten. März 23. Das war so die erste Korrekturzone. Ich kann es auch noch mal mit Fibonacci so halbwegs anzeichnen. Ach Gott, das haben wir doch, glaube ich, beim DAX sowieso schon. Hier sehen wir es noch mal. Also der Future ein bisschen tiefer gegangen als jetzt der Index. Aber zur Not würde das durchaus reichen. Aber all das, was wir im Moment sehen, deutet darauf hin, dass der Markt aktuell, naja, eben ganz klar nicht Lust auf mehr hat. Zumindest vorläufig nicht. Das kann später noch noch doof werden, wenn er jetzt für ein paar Wochen erst mal hochgeht. Jahresendrallye beispielsweise lässt grüßen und anschließend noch mal runter. Dagegen spräche ehrlich gesagt nichts. Das ist absolut möglich. Und das nicht zwingend, dass das passiert. Aber damit muss man rechnen. Also das bärische Bild, was ich mal angedeutet habe, ist nicht zwangsläufig vorüber. Aber es ist im Moment nicht relevant. Das ist aktuell nicht auf dem Programm. Aktuell sieht es so aus, als ob wenn Abwärtsbewegungen eben so halbwegs auf mittlerer Sicht eben da unterwegs sind. Das scheint mir dann eher realistisch zu sein. Also vorläufig noch Rücksetzer. Nicht notwendigerweise jetzt sofort, wenn ich auf den DAX Index gucke, da ist der Rhythmus ein bisschen anders. Auch dort der Anstieg. Aber da hat man eher den Eindruck, dass wir jetzt hier in der vierten Welle sind. Also noch mal ein bisschen steigend. Danach die Korrektur würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Viele fragen immer, was ist denn gültig? Der Index oder der Future? Naja, das kann man so ohne weiteres gar nicht sagen. Es gibt nicht, der ist der Richtige, der ist der Falsche. Die Aktionäre, die gucken natürlich auf den Index. Die Future-Handler, die, die sich absichern wollen, die gucken natürlich auf den DAX Future, weil das das Instrument der Wahl ist. Beides hat so seine Berechtigung. Man muss so ein bisschen schauen, dass man das übereinstimmend hinbekommt. Beide allerdings sprechen dafür, dass wenn wir Pause haben, es vorläufig eher ein Päuschen ist im Sinne einer weiteren Aufwärtsbewegung und dementsprechend nicht überzubewerten ist. So, gucken wir mal auf den amerikanischen Markt. Gucken wir auf den DAX Future. Der hat noch nicht mal diese Schwäche gezeigt. Aktuell im Gegenteil. Ich habe hier sogar noch die alte Box drin. Die können wir inzwischen rausnehmen. Da ist er ja durch. Also das haben wir nun nicht wirklich hinter uns. Das Schicke ist, er hat eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, die eines Impulses absolut würdig ist. Impuls, noch mal zur Erinnerung, entweder wie aus einem Stück gegossen oder fünfwellig. Fünfwellig, dann aber ohne Überschneidung. Also so ähnlich wie das, was wir hier haben, wo man sagen kann, naja, hier sind wir auch so halbwegs erstmal überlappungsfrei auf dem Weg gewesen. Beziehungsweise wahrscheinlich müssten wir das sogar ein bisschen anders auffassen. Da sind dann haben wir hier intern den Fünfweller und dann hier die etwas größere Korrektur und da hinten noch mal die Geschichte. Aber ihr seht schon da, wo Korrekturen ähnlicher Größe alle nicht überschneiden sind. Wir haben gar keine Korrekturen. Naja, dann noch besser. Also ihr seht, das, was wir hier haben, das ist eines Impulses würdig. Das Schöne ist, wenn wir einen Impuls in eine Richtung haben, dann haben wir erstmal den Anker für eine Richtung gesetzt. In dem Fall den Anker für Long, weil der Markt ja nach oben geht. Jetzt bräuchten wir eine Korrektur, und zwar eine schwache Bewegung. Korrektur gerne dreiwellig oder sowas hin und her eierndes. Und wenn wir das in den nächsten Tagen bekämen, wäre das hervorragend. Denn das biete dann echte Chancen für das, was wir vorne haben, da hinten noch mal. Ihr seht, ich bin vorläufig klar auf der Seite eines, eines, eine Jahresendrallye kann man sagen, aber eines Bullenmarktes vorläufig zumindest mal. An der übergeordneten Geschichte ist da erstmal noch nichts zu rütteln. Also für diejenigen, die jetzt sagen, das ewige hin und her geht mir auf die Nerven. Ja willkommen, das ist die Börse. Die wechselt halt hin und wieder mal so das Muster. Trotz alledem, dass wir noch mal runtergehen, ist nicht gänzlich vom Tisch. Aber es ist aktuell nicht unser Programm. Es nützt ja nichts, wenn man sagt, naja, der sollte doch noch mal hier runter. Ja, das halte ich auch für nach wie vor noch machbar. Also das ist noch nicht rum. Aber es ist momentan keine relevante Situation. Im Moment haben wir die starke Aufwärtsseite, korrigiert er nach unten. Dann bin ich definitiv noch mal auf der Suche nach Long, sprich die Variante B oder vielleicht sogar die C-Variante, die wir dann bekommen. Wobei da oben dann entschieden wird, ob C hier unten gespielt wird oder ob es nicht nach oben noch weiter läuft. Aber vorläufig wären das bullische Bilder. Das einzige, was mich sofort wieder bärisch machen würde, wären scharfe Bewegungen runter und höchstens wackelige Abwärtsbewegungen. Dann wisst ihr, dann ist das die erste Welle und dann würde ich die auf jeden Fall hier hinten noch mal in der Verlängerung erwarten. Also damit haben wir zumindest eine gewisse Orientierung. Aktuell sehe ich da noch nichts. Ich sehe allerdings auch, dass wir hier auf die Oktober, Anfang Oktober hochzulaufen. Das ist jetzt noch kein Drama um Himmels Willen. Aber ich sage mal so, ich vermute mal, dass irgendwann mal der Markt ja auch mal ein Päuschen braucht. Und mein Best Guest, das ist wirklich nur Best Guest, nicht mehr, nicht weniger, ist, dass das beim Future ungefähr 34.280 von mir aus, auch von mir aus 580 irgendwie sowas in der Richtung läuft. Das ist eine große Range. Aber ich denke mal, da könnte ich mir vorstellen, werden jetzt die Marktteilnehmer überlegen, ob es ein Päuschen gibt. Jetzt also einzusteigen, ist nur dann sinnvoll, wenn ihr auch eng stoppt, wenn ihr engen Gewinne mitnehmt, wenn ihr sagt, komm ein Teilstück mache ich mal, aber nicht das Gesamtbild. Also solange ihr zwischendurch wackelige Abwärtsbewegungen habt, könnt ihr natürlich sagen, dann mache ich noch mal ein Teilstück im 5-Minuten-Chart, Viertelstunden-Chart. Aber auf Tagesebene finde ich das jetzt nicht mehr so attraktiv, denn stopp-mäßig käme ich dann entsprechend nicht klar. Nochmal kurz zur Erinnerung, hier auch noch mal angedeutet, wenn das jetzt hier der Anstieg ist, Rücksetzer in die Mitte wieder zurück, fände ich normal, wenn es korrektiv ist, ebenfalls die Long-Seite. Das werden wir sicherlich in den nächsten Updates am Nachmittag immer wieder noch mal beobachten. Ob das wirklich korrektiv ist, dann hätten wir da auf jeden Fall eine spannende Situation für die Long-Seite. Und das ist beim S&P nicht groß anders. Erste Gelegenheit hat er nicht genutzt. Das ist ein zusätzliches Stärkezeichen. Obwohl die Marktteilnehmer hier drehen hätten können, wie die Linien zustande kommen, habe ich in der letzten Zeit so häufig gezeichnet. Das machen wir dann irgendwo frisch noch mal neu. Aber bisher hatten wir da keine Marktteilnehmer, die drehen wollten. Das ist ein gutes Zeichen. Auch hier gilt die 61,8er Marke und das Hoch vom Mitte Oktober auch hier so 12. Oktober rum. Das ist relativ leicht im Chart wiederfindbar. Ungefähr bei 4.430, beim Future jetzt gemessen. Da wäre jetzt so meine nächste mögliche Wendezone. Das ist ja nicht gesagt, dass er das hier nutzen muss. Aber aus meiner Sicht wäre das jetzt hier so der nächste Bereich, wo die Marktteilnehmer sagen können, mal gucken, ob wir da nicht hier irgendwie in den Dreh reinkommen. Realistisch wäre es allemal. Also irgendwo hier vielleicht ab sofort, vielleicht noch ein bisschen weiter steigend, aber irgendwo da müssen wir damit rechnen. Auch hier gilt, Korrektiv runter wäre überhaupt gar kein Nachteil. Intraday mäßig sehe ich hier zwar hier vorne, da war ich nicht so glücklich, ehrlich gesagt, hier mit der Geschichte zu viele Kursüberschneidungen. Dann traue ich mich da zumindest nicht mehr rein. Naja, die Marktteilnehmer haben gesagt, ist uns egal. Auch das ist vielleicht ein Zeichen der Stärke. Wenn die Marktteilnehmer sagen, sieht charttechnisch gar nicht perfekt aus, ist egal, ich kaufe trotzdem. Also ihr seht, was immer hier im Moment passiert, es ist alles eher für den Bullenmarkt ausgerichtet. Aktuell auf bärisch zu setzen, also auf grob bärisch zu setzen, weiß ich nicht. Allerdings rechnet damit, dass wir diesen Rücksetzer in die Hälfte der Bewegung wieder zurück mit einplanen sollten. Das heißt, wenn ihr mal zwischendurch einen Short machen wollt, dann wartet auf die entsprechenden Anzeichen. Was sind das für Anzeichen? Naja, das fängt damit an, dass er nach oben irgendwie keinen Bock mehr hat, also wackelig nur noch weiter geht und dann nach unten die Stärke macht, in starken Bewegungen und wackelig hoch. Dann wäre zumindest vorläufig mal die Abwärtsseite wieder im Spiel. Das Interessante ist, dass auch der Nasdaq, auch wenn das Bild ein bisschen anders nochmal aussieht, an einen Widerstand so langsam rankommt. Die obere fallende Trendlinie, das ist die hier, die wir seit den letzten Monaten ja haben. Das ist vom Hoch, was waren das hier, im Juli. Dann hatten wir nochmal Zwischenhoch im September, dann hatten wir hier nochmal eins im Oktober. Da sind wir jetzt wieder dran, wenn man diesen Trendkanal mal so halbwegs sich vor Augen hält, dann sieht man schon, da irgendwo, dann haben wir hier noch diese Horizontalmarke. Könnte das ein Long Trigger sein? Ja, theoretisch ist das ein Long Trigger. Warum ist das ein Long Trigger? Naja, weil die Aufwärtsseite, die war hier doch stark. Die Abwärtsseite ist korrektiv. Tatsächlich ist dieses Hoch hier ein Long Trigger. Also hier jetzt kaufen, ich mache es mal ein bisschen größer, dann sieht man das. Ist das jetzt hier ein guter, also hier jetzt ein guter Punkt zu kaufen? Ich tue mich da schwer, sage ich ganz ehrlich. Natürlich kann der Kurs jetzt ohne Pause einfach weiterlaufen. Es ist ja nicht unmöglich. Wer unbedingt jetzt rein will, hat natürlich hier quasi seinen Long Einstieg hier über dem Hoch vom 13. Oktober. Allerdings, nachdem wir so stark unkorrigiert nach oben sind, finde ich es noch besser, nicht jetzt hier den Ausbruch zu handeln, denn das Mindestmaß ist irgendwas, dass er bis hierhin geht. Da seht ihr schon, das ist Chance risikomäßig. Also das wäre meine Gewinnseite. Wo sollte ich dann den Stop setzen? Naja, entweder super eng, dann bin ich aber wieder im Intraday Bereich oder ich müsste ihn hier irgendwo hier oder von mir aus auch hier irgendwo auf diese Zwischentief setzen. Ich glaube, ich kann hier mal ein paar Marken wegmachen, die wir nicht mehr brauchen. Zumindest vorläufig nicht mehr. Machen wir da mal ein bisschen aufgeräumt hier. Aber ihr seht schon, das ist kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, was wir hier haben. Deshalb finde ich das nicht so gut. Für mich ist es jetzt attraktiver, etwas anders das Ganze aufzufassen, nämlich zu sagen, okay, wir sind doch jetzt hier mit einer Dynamik hoch. Wann immer du das nächste Mal eine Korrektur nach unten machst, vielleicht ja schon im Rahmen dieses Widerstands, vielleicht aber auch erst ein bisschen später, aber wann immer du hier quasi auf diesen letzten Arm eine Korrektur machst, den dann zu handeln, denn dann haben wir relativ enge Stopp-Möglichkeiten. Also ihr seht, dann ist das hier nur die Stopp-Weite so ungefähr oder sogar noch verkürzter. Und dann haben wir solche Aufwärtsseiten noch als Zielseiten und schon haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis, was deutlich zu unseren Gunsten ist und damit die Chancen richtig zu liegen oder aber, wenn wir falsch liegen, nicht darunter leiden zu müssen, deutlich erhöht. Also ihr seht, ich bin alles in allem relativ bullisch eingestellt. Es sieht nach Jahresend-Rallye tatsächlich aus. Aktuell, es gibt im Moment keine Anzeichen für Schwäche. Wenn die Abwärtsbewegung auch nur relativ harmlos aussieht, sprich korrektiv, dreiwellig oder mit Kursüberschneidung, dann sind das für mich nochmal Chancen einzusteigen. Intraday bleibt eigentlich nur übrig und zwar bei allen Märkten, die wir hier haben, nachdem wir jetzt so hoch sind, auf entweder mal kleinere Korrekturen zu warten, um dann eben zu sagen, komm, diesen letzten Schub, den nehme ich da nochmal mit. Oder eben zu sagen, okay, das ging jetzt doch steiler runter, dann wechsle ich auf die Short-Seite. Also so in der Richtung kann man das Ganze gestalten. Rechnet damit, dass das jetzt nicht ewig gehen wird, sondern es einen Rücksetzer gibt. Wann der kommt, wie der kommt, ich habe keine Ahnung. Ich kann allerdings sagen, es wäre sehr typisch, dass es passiert und dementsprechend sich darauf vorzubereiten, nicht jetzt einfach blindlings reinzukaufen im Sinne von, jetzt hat er doch bullisch gesagt, ich kaufe jetzt mal. Das kann man machen, aber der Trade wird nicht so sehr effizient sein, weil das Chance-Risiko-Verhältnis da nicht so zu unseren Gunsten ist. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen, dass ihr für euch die richtigen Entscheidungen trefft. Wenn ihr noch long seid und euch überlegt, muss ich jetzt Gewinne mitnehmen? Nicht zwangsweise. Entweder setzt ihr allerdings die Stops ziemlich auf die Unterseite, denn dieser Rücksetzer kommt ja. Oder ihr seid jetzt relativ eng mit eurem Stopp im Hinterherziehen, um von dieser tollen Bewegung das meiste mitzunehmen und wenn er dann dreht, dann eben rauszugehen und zu sagen, dann schließe ich halt die Position. Also das wären so meine Ideen dazu. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.